Ja, picken wir unser nächstes Level raus. Welches können wir angehen? Ja, das hier im Freien oder so, das ist nämlich Fässer unverzollt, das ist glaube ich gar nicht so groß, ah doch, Flucht aus dem Waldlandreich, das Eldor und die Arten auf Zwerge, ja das machen wir jetzt nochmal, aber im ersten muss ich auch schon halten nach dem Bauplan. Die Elbenhallen zu betreten ist ein großes... Und was machen wir jetzt? Spannende Musik Spannende Musik Und was machen wir jetzt? Scheiße Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Was ist das? 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 Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ...... ... ... ... ......